Was sagen Sie zu den Vorurteilen, die hier so etwas gesagt werden? Es ist geschehen, aber es ist ein PK-Beschluss. Weisst du, das stimmt schon mal nicht. Ja, das stimmt wirklich nicht. Ich finde, es stimmt nicht ganz. Manchmal ist es lustig, aber manchmal ist es übertrieben. Es sind halt Memes und die kann man grundsätzlich nicht immer ernst nehmen. Aber es ist lustig. Es ist am Cash-Service und das ist alles andere als das. Bevor ich die Lehre angefangen habe, habe ich auch etwas schlecht über den KV-Stiftung gedacht. Aber jetzt, als ich es selber mache, ist es nicht so chill wie alle. Man sagt ja, wir machen gar nichts. Aber es gibt ja Gründe, warum es die Lehre gibt. Und wir machen ganz sicher etwas. Also einen ist der Termin. Und wieder auf Shocker HAR. Vielen Dank.